Jo Leute was geht und herzlich willkommen zu meinem Video. Capital Bra hat ja jetzt ein Video rausgehauen und ja, da diest er auf jeden Fall richtig Flair drauf und Flair hat sich natürlich jetzt auch gemeldet, hat ihm geschrieben, Capital hat zurückgeantwortet, liest am besten einfach selber was der Bra zu sagen hat. Yo Leute was denkt ihr macht jetzt Flair auch einen Diss Track gegen Capital Bra? Weil ich bin jetzt mega gespannt drauf ob der jetzt auch einen macht, ob der jetzt zurückschießt oder nicht. Auf jeden Fall hat er ja auf der Connor EP gegen Bushido geschossen. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall das war's und haut rein und Peace.